Heute ist mir wieder klar geworden, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die einem die größte Freude bereiten. Und zwar habe ich gerade meinen Teelichthalter gedoomt. Der ist mir nämlich fünfmal von der Drechselbank geflogen und dann habe ich die Schnauze voll gehabt. Ich habe gesagt, den poliest jetzt nicht mehr, du doomst sie einfach. Und dann habe ich das Hackel 3.0 genommen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie geil diese Flasche hat oben drauf so ein Plastedingens, was man eigentlich abmachen soll. Und ich habe da einfach ein Loch reingebohrt und dann kannst du Gramm genau auf die Waage bringen, ohne was zu versauen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du zwei Gramm zu viel reinhaust und deshalb auf die nächsten Zähne erhöhen musst. Und sowas macht dann Freude. Schöne Verpackungen. Schöne Verpackungen sind wirklich das A und O. Das geht gar nicht. Ich meine klar, wer große Mengen gießt, der kippt sich das so in einen Eimer. Aber ich fühle mir das jetzt irgendwie in Flaschen um oder so, weil das ist kacke. Ja, sowas, so eine kleinen Nupsis hier zum rausgießen sind super. Das hier geht auch noch von... Das geht, aber wenn du da größere Mengen von hast, dann hast du wahrscheinlich auch einen großen Kanister. Ja, gestern das Farbe reinziehen hat ganz gut geklappt. Der Rand wird ja da auch noch rund gedrechselt. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Mein Jausenbrett muss noch ein bisschen aushärten. Ich denke mal, das kann ich morgen aus der Schalung nehmen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Platz hier. Und dann fange ich endlich mit meiner Kugel an. Da bin ich gespannt. Da soll ich ja das Krystal-Riss nehmen. Das lässt sich wohl sehr gut rechseln. Und dann probiere ich das mal aus. Ja, und nächstes Wochenende will ich hier auf den Kunstmarkt. Und dann nehme ich so ein paar Sachen mit. Den Tisch unter anderem hier. Den habe ich ja auch nochmal gedoomt. Mit dem Zeug von Hackel. Also das macht sich echt gut. Bildet eine richtig schöne, klare Schicht, wenn man es denn gut vorbereitet hat. Also klar auf jeden Fall, aber glatt. Aber du musst vorher wirklich schön, die Oberfläche muss schon glatt sein. Und dann bildet das einen sehr geilen Abschluss. Soll auch extrem schlagfest sein. Kratzfest und so weiter. Das gibt es auch beim Hackel. Ja, aber die Oberfläche muss gut vorbereitet sein. Nicht einfach so irgendwo drauf schmieren. Ich habe es ja nicht so mit der Vorbereitung. Meistens habe ich auch keinen Platz zum Vorbereiten, wie man sieht. Aber irgendwie gleitet es schon. So, das war es. Mehr wollte ich nicht loswerden. Hier kommen demnächst auch noch ein paar Sterne dazu. Ich habe mich ja nur so oft über das Dippern aufgeregt, dass ich jetzt endlich mal wirklich gucke, dass ich das hier mit dazu hänge. Aber von Dippern gibt es ja mittlerweile auch schon so viele verschiedene. Wahrscheinlich habe ich irgendeines gehabt, was scheiße war und schnell gelb geworden ist. Mittlerweile sollen die ja auch glasklar sein. Und dann kommt das einfach mit dazu. Und dann schauen wir mal. So, na denn. Feierabend für heute. Hau drin. So, jetzt wird es auchõi schon. So, jetzt wäre ich mir auch schon Scorpio Ron'sps***. So, ich hoffe, wir sein damit ist heute noch etwas Option und das ist wirklich normal. Bis dann. So müssen wir uns sehen. masks Equiphone Schlange.